Yo 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 Leute was geht ab? Euer Harzweider hier wieder am Start. Ja heute ist es endlich soweit. Heute kommt der Hanemag Vlog. Ja ich bereite mich jetzt zu vorn und fahre gleich los. Also sehen wir uns gleich wieder. Hier mal ein kurzes Update zum Käfer. Hier seht ihr ja, ich habe gestern die Bodenplatte komplett schwarz lackiert. Das ist jetzt die Endfarbe von der Bodenplatte. Schwarz matt. Jetzt sieht die Bodenplatte aus wie neu finde ich. Richtig geil. Jetzt die Tage fangen wir an mit den Achsen dann endlich. Aber dazu kommt ein extra Video. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. So Leute und auf geht's. Ich hoffe dass man mich so einigermaßen hört. Ich hoffe es. So Leute ich hoffe ihr versteht mich so einigermaßen. Ja jetzt fahren wir Hanemag. Der hat nachher auf jeden Fall noch. Oh ist das laut? Oh Sound Sound Sound. Ja der Hanemag hat auf jeden Fall einen wunderschönen Klang. Ich finde der Hanemag allgemein finde ich den Trecker. Ich finde den so hammer. Ich finde das der schönste Trecker den wir haben. Das ist jetzt schon so gute 15 Jahre her wo mein Vater den zurecht gemacht hat. Und der sieht immer noch 1A aus. Klar hier unten so ein paar Stellen wo da ein bisschen Öl ist und so. Aber oben und ganz sieht der noch immer aus wie nagelneu. Hat er echt wunderschön wieder zurecht gemacht. Der Hanemag scheint jetzt ein gutes Jahr bei meinem Opfer in der Garage. Und ja heute ist der erste Tag wo er mal wieder bewegt wird. Nachteil an dem Hanemag Trecker ist einfach ganz normal. Er fährt nur 20 kmh. Der Fiat ist ein bisschen schneller. Der läuft glaube ich 30 kmh. Aber wir wollen ja auch nicht rasen. Sondern schön gechillt da hinten fahren. Ich liebe das. Ich hoffe auch dass die Kameraeinstellung so einigermaßen gut ist. Hier sieht man schön so der Raps fängt auch schon wieder an zu blühen. Solange dann kommt man wieder ein bisschen Farbe hier ins Spiel. Ich weiß nicht ob ich das Ihnen gerade schon mal gesagt habe. Aber ich werde gleich auch noch mal anhalten. Und euch den Trecker natürlich von außen noch mal zeigen. Ja? Leute. Aber wie gesagt wenn ihr mehr Trecker Vlogs ab und zu mal wollt. Aber wie gesagt sowas würde ich nur ab und zu mal bringen. Ähm. Ihr müsst das unten mal in die Kommentare schreiben. Und zwar macht mal alle Hashtag Hannemag rein. Ich kann ja beim nächsten Mal wenn ich Trecker fahre mal die Eike mitnehmen. Ich habe ja noch einen schönen Platz hier frei. Ja ja. Ja ja. 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 Es. Der ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Hier ist noch so ein Wagen hier, den hat er sich mal selber zusammengebaut. Da ist ja überall so ein bisschen Öl, aber naja, wie gesagt, den hat er vor 15 Jahren mal neu gemacht. Ist ja klar, dass er irgendwie wieder an ein paar Stellen wieder anfängt und da oder da mal eine Macke hat. Aber im Groben ein ganz wunderschönes Ding. So, wir gehen jetzt mal runter zu den Fischteichen, denn die Fische haben Hunger. So, ich habe jetzt die Fische gefüttert. Jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg zum Traktor. Ich habe noch gar nicht gesagt, was das genau für einer ist. Das ist ein Hanomag R460. Weil viele fragen ja immer, was wir für Traktoren haben. So, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall, wenn hier wieder ein Traktorvlog kommt, werde ich nächstes Mal auf jeden Fall mit dem Timberjack fahren. Das ist ja ein Knickschlepper, eine Holzrückenmaschine. Mit dem werde ich das nächste Mal fahren. Das ist auch so ein verrückter Hund. Okay, das ist ja auch so ein Yachthund. Häcki, die Kamera habe ich schon voll gesabbert. Was ist denn los Häcki? Was ist denn los? Wenn man so guckt, das ist reines Muskelpaket. Der Hund, der besteht echt nur aus den Muskeln. Schnell und flink ist er. Okay, ist ja auch nicht ohne Grund deswegen ein Yachthund. Obwohl meine Eltern gar nicht jagen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter weg, den schönen Trecker. Wir haben auch noch so ein Rückgeschält haben wir dafür auch noch. Aber ich weiß gar nicht, wo er das hat. Das hat er glaube ich zu Hause liegen. Ich sag Rückgeschält, das ist ja eher... Ja, die meisten wissen schon, die davon Ahnung haben, wie das genau heißt. So ein kleines Schild, was man hier runter lässt, wenn man halt das Holz rückt. Dass man halt, wenn Zucht drauf ist, dass er sich halt im Boden richtig abstützt. Technik, die begeistert. So, jetzt wollen wir mal das gute Stück starten. Bei dem Trecker muss man noch... Okay, Gang ist draußen. Jetzt muss man erstmal vorglühen. Ja, den muss man noch vorglühen. Hier steht sogar, nicht anlassen. Erstens vorglühen 1 Minute. Dann zweitens Einspritzpunkt und Einspritzmenge auf Anlassstellung. Drittens Anlasser einschalten, aber nicht länger als 10 Sekunden. Darunter steht noch, springt der Motor nicht an? Wiederholung von 1 bis 3. Sobald Motor anspringt, Anlasser ausschalten. Wisst ihr bescheid, ne? So, man sieht das ja, man sieht jetzt echt ganz schwach nur, aber da ist ein Glühfaden, der glüht jetzt rot. Jetzt können wir starten. Hier kann man das Standgas ein bisschen einstellen. Großer Standgas, ganz gut. Wir fahren jetzt direkt in den dritten Gang. Das ist gar nicht so einfach manchmal hier. So, auch wie jetzt. Handbremse hatte ich nicht angezogen. Also, ich sage mal, kommt gleich. So, ich sehe. So. So, ich sehe. So, ich sehe. So, ich sehe. So, ich sehe schon. So, ich sehe. So, ich sehe. So, ich sehe die Richtung. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit so einem alten Faktor zu fahren. Ich fahre lieber mit so einem alten Faktor als mit so einem neuen. Ich weiß nicht, so ein alter Faktor hat Stil. Ich wippe hier hin und her, es ist ja so, als wenn ich Lanz Bulldog fahre. Hoch, runter, hoch, runter. Oh Junge! So, ein bisschen bremsen. Aber ich denke mal, dass es demnächst sowieso noch mal ein Video kommen wird, weil wir für den Fischteich noch ein paar Steine holen und dann werden wir hier einen Anhänger hinterhängen und dann werden wir nochmal Steine holen und ich denke mal, dann werden wir auch mit dem Hannemag fahren. Und wenn wir bald die Hütte anfangen, das alles abzureißen in den drinnen, dann denke ich mal, werden wir auch mit dem Hannemag das ganze Holz, das wir da abreißen, auch auf den Anhängerladen und auch mit dem Hannemag wegfahren. Oh, der sitzt, der geht mir auf den Sack. Ich weiß nicht, wenn man die ganze Zeit so die Bewegungen hat, wie jetzt gerade, muss der Alka eigentlich noch mit auf dem Schoß sitzen. Dann würde es demnächst noch mehr Spaß machen. Wie so einen kleinen Traktor möchte ich auch gerne mal fahren. So einen würde ich auch gerne mal fahren. So Leute, in diesem Sinne, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Traktor-Vlog gefallen. Wenn ihr mehr davon mal wollt, dann macht mal Hashtag Hannemag und macht im Allgemeinen mal eine Hashtag Hannemag, weil, ja, einfach mal für den Hannemag hier. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Aber da vorne hier machen wir noch mal Soundporn. So, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.